Der Krieg zwischen der Allianz und der Horde kann also endlich beginnen. Das PvP aka das Ehrensystem erscheint endlich mit Phase 2. Wie das genau funktioniert und welche Belohnungen ihr für die jeweiligen PvP-Ränge bekommt, habe ich euch in meinem letzten Video, welches ich euch oben rechts im Eck verlinke, genauer erklärt. In diesem kurzen Video möchte ich nochmal auf ein paar Fragen eingehen, welche mich vermehrt erreichen. Schaffe ich Rang 10 als Casual? Kann ich die Ausrüstung behalten, auch wenn ich wieder im Rang falle? All das und noch viel mehr klären wir heute in unserem 10 wichtigen Infos über das PvP-System-Video. Wer nämlich zudem kostenlose Supporten holt, drückt doch direkt den Daumen nach oben oder lasst mir sogar einen Kommentar oder ein Abo da. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Die Hintergrundaufnahmen stammen vom Level 60er Trollhunter namens Cautionluck, wie er sich gerade für die von Tipps Out ins Leben gerufene Duellier-Liga namens Classic Duellers League qualifiziert. Das komplette Video sowie Links zu seinem Twitch- und YouTube-Account findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Kann ich die Ausrüstung behalten, wenn ich vom Rang abfalle? Ja, das kannst du. Als Beispiel erwerdet Rang 14, kauft euch die Waffen und steigt die anschließenden Wochen wieder ab. Und könnt ihr ohne Probleme die Waffen weiterentragen. Das selber gilt natürlich für alle anderen Items. Wenn man den Rang absteigt, kann man im Nachhinein die Sachen trotzdem noch kaufen? Nein, kann man nicht. Du kannst die Ausrüstung behalten, welche du mit dem entsprechenden Rang eingekauft hast. Fällst du den Rang ab, hast du keinen Zugriff mehr. Du kannst demnach die Items nicht mehr kaufen. Besorgt euch die Ausrüstung also auf jeden Fall rechtzeitig, wenn ihr den dementsprechenden Rang gemacht habt. Wenn ich gekillt werde, wird mir Ehre abgezogen? Nein, wird dir nicht. Du kannst so oft getötet werden, wie du willst. Ehre verlieren tust du dadurch nicht. Stell dich mal vor, solch ein System würde es geben, da wäre das Griefing ja irgendwie definitiv vorprogrammiert, da man ja eigentlich keine anderen Optionen mehr hat, als auszuloggen, wenn man von mehreren Personen der anderen Fraktion gekämmt wird und keine Ehre verlieren möchte. Bekomme ich für duelle Ehre? Ganz einfach gesagt, nein. Kriegst du nicht. Hey, ich bin Casual-Spieler. Schaffe ich Rang 10, um das blaue PvP-Set komplett zu bekommen? Puh, kommt natürlich total drauf an, wie aktiv dein Server ist, da ihr ja mit allen anderen Spielern eurer Fraktion konkurriert. Ich würde sagen, Rang 10 ist als Casual mit einer Zeit etwas mehr spielen definitiv möglich, wobei ich da schon von zwei bis vier Stunden täglich ausgehe. Wobei wir uns dann natürlich über die Definition von Casual streiten müssten, um aber auf den Punkt zu kommen. Als Casual-Spieler, der zeitlich etwas mehr Ambitionen zeigt, ist es möglich, Rang 11 bis 14 jedoch total unmöglich, meiner Meinung nach. Wann kommen die Schlachtfelder? Phase 3 kommt das Alteraktal, sowie die Kriegshimmenschlucht. In Phase 4 das Arati-Becken und in Phase 6 zwar kein BG, dafür die Open-World-Pvp-Ziele in Silithus und den östlichen Pestländern. Gibt es gute PvP-Items unabhängig vom Ehrensystem? Ja, gibt's auf jeden Fall. Diese sind vor allem für Duelle und andere 1-gegen-1-Situationen sehr stark. Als Beispiel nehmen wir hier mal den Gezeiten-Glücksbringer, welcher von Prinz Nazjag im Arati-Hochland getroppt wird. Mit diesem schönen Schmuck haut ihr einfach mal einen 3-Sekunden-Stun raus. Oder auch das bediensteten Glöckchen des Barofs, mit dem ihr 3 NPCs, die für euch kämpfen, herbeiruft. Vor allem gegen Caster hammerstark, da diese für einen Zauberrückstoß sorgen. Das Item bekommt ihr über die Quest der letzte Barof in den Hauptbasen der westlichen Pestländer. Oder auch der magische Staub, welcher in Westfall mit leider einer sehr geringen Drop-Chance zu farmen ist, welcher euch ermöglicht, einfach mal ein Ziel 30 Sekunden zu sleepen. Zudem verschwendet es kein Item-Slot, ein extrem starkes Item also, vor allem in 1-gegen-2-Situationen. Es gibt natürlich noch viele weitere Items. Die Seite buffed hat dazu einen tollen Artikel geschrieben, in welchen sie diverse PvP-Items vorstellen. Schaut ihr euch einfach mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr die Gegenstände einfach nochmal alle durchsuchen. PvP machen ohne den Beruf Ingenieur? Geht auf jeden Fall. Vor allem im Gruppen-Pvp, wie in Schlachtfeldern, macht das nicht so den gravierenden Unterschied, obwohl das natürlich ein paar sehr krasse Vorteile aufweist, wenn man den Beruf geskillt hat. Jeder, der das Spiel hauptsächlich wegen PvP spielt, hat Inji wahrscheinlich sowieso auf 300, beziehungsweise sogar beide Spezialisierungen für die Items jeweils einmal hochgeskillt, da ihr diese nach dem Verlernen behalten und weitertragen könnt. Den größten Benefit zieht ihr aber natürlich im 1-gegen-1. Allgemein gibt es dort Items, wie zum Beispiel die Reflektoren-Schmuckstücke, um Eis, Feuer oder Schattenzauber zurückzuschleudern, die Arcane-Bombe, um Heiler zum Schweigen zu bringen und so weiter. Auch hier findet ihr eine Seite in der Videobeschreibung mit diversen Inji-Items. Um die Frage aber natürlich noch abschließend konkret zu beantworten, wenn ihr wirklich vorhabt, ambitioniert PvP zu spielen, ist der Beruf Ingenieurskunst auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, vor allem im 1-in-1 und der offenen Welt. Wie bereite ich mich für PvP-Inhalte vor? Holt euch eure Ausrüstung in den gängigen Level 60er Instanzen, vor allem die mit viel Ausdauer und euren Hauptwerten ist empfehlenswert. Geht nach Molten Core für ein paar Airbags, besorgt euch die PvP-Items von ein paar Fragen zuvor, macht relativ schnell Rang 2 für die Insigne, Rang 3 für den Umhang und Rang 4 für die PvP-Halskette. Besagte Ränge sind wirklich relativ schnell zu erreichen. Auch ein paar Tränke wie zum Beispiel der Trank der freien Aktionen, welche euch 30 Sekunden immun gegen Betäubungs- und Bewegungseinschränkende Effekte macht, ist ein riesiger Vorteil. Vor allem kaum jemand rechnet damit, dass ihr diesen am Start habt und dadurch ohne Zeitverlust direkt wieder am Gegner dran hängt. Auch hier findet ihr mal wieder eine Liste in der Videobeschreibung mit zu gut allen PvP-Consumables. Wie bekomme ich einen unehrenhaften Sieg und was passiert dann? Ihr bekommt diesen, wenn ihr oder einer aus eurer Gruppe bzw. Raid einen NPC, welcher mit dem Wort Zivilist gekennzeichnet ist, tötet. Dadurch verliert ihr massig an Ranglistenpunkte. Seid also vorsichtig und tötet nicht jeden Questgeber der gegnerischen Fraktion, der euch für die Flinte läuft. Falls ihr noch andere Geheimtipps oder noch weitere Fragen habt, super gerne in die Kommentare damit. Wir versuchen einfach mal gemeinsam alle zu beantworten. Vergesst natürlich den Daumen und vielleicht da sogar das Abo nicht. Wenn euch interessiert, wie genau das Ehrensystem funktioniert, dann findet ihr das hier links. In diesem Sinne, viel Spaß im PvP und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.